Wir hatten ja immer schon Technologie seit Beginn der industriellen Revolution. Wir haben Energie genutzt, wir haben die mechanisierte Produktion eingeführt und sehr viel Produktion und sehr viel Güter. Aber das Tempo dieser industriellen Revolution verändert die Art und Weise, wie wir denken, wie wir leben, wie wir arbeiten und wie wir miteinander umgehen. In diesem Zusammenhang muss die Frage gestellt werden, was bedeutet es, ein Mensch zu sein in der vierten industriellen Revolution. Und ich denke, es gibt keine besseren Leute, die darüber sprechen können, als die Panelisten von heute. Ich möchte Sie kurz vorstellen und wofür Sie stehen und dann beginnen wir mit der Diskussion. Tracey Fullerton, sie ist Game Designer und Professorin an University of Southern California. Neben ihr Alan Blue, Mitbegründer und Produkte-Vizepräsident für LinkedIn. In der Mitte, Ahmad Irawani, Präsident und Geschäftsleiter des Zentrums für Islamstudien. Neben ihm Nicole Schwab, Autorin und Gründerin des Gender Equity Center. Und neben ihr Ministerin Melanie Jolie, sie ist Ministerin für Kultur und Kommunikation in Kanada. Ich begrüße Sie alle herzlich. Schön, dass Sie gekommen sind. Draußen ist das Wetter wunderbar und Sie sind trotzdem im Saal. Es ist ein technisches Wunder, dass Sie die Sonne hier angedreht haben, dass die Schneemaschine angedreht wurde und dass wir jetzt so wunderbaren Schnee haben. Jetzt aber ein paar wenige Fragen zur Einleitung an das Publikum. Bitte aufheben. Sie sind hierher gekommen und sagen wir, Sie haben Brieftasche und Smartphone vergessen. Wer von Ihnen würde zurückgehen wegen des Smartphones? Wer würde zurückgehen wegen des Smartphones? Okay, seien Sie ehrlich und Sie würden zurückkommen und hier zuhören, aber wer würde für die Brieftasche zurückgehen? Wer würde für die Brieftasche zurückgehen? Okay, ich denke, das Smartphone ist wichtiger. Wir kommen nicht mehr aus ohne Smartphone. Ich glaube, das zeigt diese Umfrage. Eine weitere Frage. Wenn jetzt draußen ein selbstfahrendes Fahrzeug wäre, wer würde als Versuchskaninchen sich durch Davos fahren lassen? Okay, viel mehr, viel mehr Begeisterung. Also Smartphone-Leute in diesem Fahrzeug, das sind die glücklichen heute. Also wir sehen ganz klar, die Technologie wird Teil unseres Lebens. Und wir gehen Risiken ein. Wir wissen, sie ist fast perfekt, aber was bedeutet das für uns? Und damit beginnen wir jetzt mit der Diskussion. Und ich möchte jedem Panelisten zwei Minuten gehen. Wie sehen Sie das Thema Technologie und Mensch? Und dann werden wir etwa 30 Minuten diskutieren. Und dann werden wir das Publikum mit einbeziehen. Sie können Fragen stellen und es geht dann hin und her. Frau Ministerin, bitte, Ihre Gedanken dazu. Vielen Dank, Cheryl. Vielen Dank für die Einladung. Nun ist es ganz klar, dass wir die vierte industrielle Revolution mit zwei Chancen und einem Risiko verbinden. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin in Davos. Es freut mich, hier zu sein. Und der Kulturminister oder die Kulturministerin, das ist die erste kanadische Kulturministerin, die hier vertreten ist. Als Regierung haben wir natürlich eine Ansicht zu Kunst und Kultur. Lange Zeit wurde das gesehen als Teil der Gesellschaft. Das stimmt natürlich. Aber wir möchten auch wirtschaftliche Auswirkungen haben, nicht nur kulturelle Auswirkungen. Warum? Die vierte industrielle Revolution, das ist eine Chance. Eine kreative Revolution. Nichts ist menschlicher als Kreativität. Deshalb haben wir als Regierung 1,9 Milliarden investiert in Kultur. Nie haben wir in 30 Jahren so viel investiert. Aber nur sieben andere Länder geben so viel aus für Kunst und Kultur. Wieso? Weil es mit Innovationen zu tun hat. Wenn man in Kunst und Kultur investiert, dann führt das zu Innovationen. Und das führt zu Wirtschaftswachstum. Inkludierendes Wachstum. In Kanada sind wir sehr stark in Bezug auf kreative Industrien. Wir sind der drittgrößte Exporter von Musik, von Videospielen. Wir sind führend bei Videospielen, bei virtueller Realität und Augmented Reality. Und wir sind hier führend in Kunst und Kultur. Wir haben auch bei den Theaterkünsten und auch beim Kino. IMAX zum Beispiel, das ist auch eine kanadische Entwicklung. So sehen wir das. Es ist wichtig, in Kunst und Kultur zu investieren. Dann die andere Chance, die sich bietet, die hat nicht notwendigerweise mit Wirtschaft zu tun oder nur mit Wirtschaft, sondern eher mit den sozialen Nutzen. Wenn wir in Kunst und Kultur investieren, in der vierten industriellen Revolution, dann geht es darum, dass wir die Humanwissenschaften einbetten möchten in die Gesellschaft. Wir sehen hier große gesellschaftliche Nutzen, diese Investitionen, und zwar mehr als je zuvor. Wir sind eine inkludierende Gesellschaft. Wir glauben an Vielfalt. Und in der ganzen Welt gibt es ganz klar ein Bedürfnis nach Geschichten. Geschichte, die lokale Geschichten sind, die gut erzählt werden, die einen fesseln. Diese Geschichte können uns sagen, was wir wissen müssen, übereinander, gegenseitig. Deshalb glauben wir, dass das auch eine große Chance darstellt. Aber wie steht es mit der Herausforderung, dem Risiko? Die Frage des Zugangs, der Inklusion. Wir sind überzeugt, dass es Werkzeuge gibt zur Falschinformation. Überlegen Sie sich, wie viel falsche Information gestreut wird, Propaganda auf dem Internet. Und gewisse Leute werden da ausgegrenzt. Es gibt eine interessante Stiftung, die Vancouver Foundation in Kanada, die eine Studie durchgeführt hat über die größte Herausforderung für die Stadt Vancouver. Und überlegen Sie sich, dass Vancouver wahrscheinlich der Ort in Kanada ist, wo das Leben am teuersten ist. Interessant in dieser Studie war, dass nicht die Lebenshaltenskosten das größte Problem waren für die Gemeinschaft, sondern die Zugehörigkeit. Dass man das Gefühl hat, man gehört nicht zu einer Gemeinschaft, zu einem Stadtviertel. Man fühlt sich irgendwie ausgegrenzt, ausgeschlossen. Nicht die Lebenshaltenskosten, die so hoch sind. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, in Kunst und Kultur zu investieren, damit sich die Menschen kennenlernen. Dass wir eine inklusive Gesellschaft haben. Dass wir auch in kreative Industrien investieren. Dazu gehört auch Journalisten, Journalismus und natürlich die Förderung der Demokratie. Dann das Verständnis der digitalen Technologie, damit die Menschen gute Entscheidungen treffen in Bezug auf ihr digitales Leben. Für uns als Regierung ist das sehr wichtig. Regierungen sprechen da oft nicht mit, aber wir müssen führend tätig sein. Denn es geht hier um die Zukunft einer Demokratie und einer guten wirtschaftlichen Chance. Vielen Dank. Nicole, wie sehen Sie das? Wahrscheinlich sind Sie einverstanden mit Melanie. Ja, ich bin sehr leidenschaftlich im Zusammenhang mit diesem Thema. Es macht mir auch gewisse Sorgen. Ich möchte über das Paradox sprechen, das wir heute haben. Heute ist es so, dass wir mehr denn je miteinander in Kommunikation treten müssen. Miteinander kommunizieren als Menschen. Nur so können wir uns verstehen über Kulturen, Religionen und andere Unterschiede. Wir haben also ein großes Bedürfnis der menschlichen Verbundenheit. Ein weiteres Thema, mit Menschen zu kommunizieren, das macht uns glücklich und ältere Menschen, wenn man sie fragt, bereuen sie etwas, dann sagen sie oft, ich hätte mehr Zeit mit meinen Lieben, mit meinen Liebsten verbringen sollen. Das hat also einen Einfluss auf unser Glück und so können wir die Herausforderungen lösen, die vor uns stehen. Aber das kommt nicht von ungefähr und nicht automatisch. Die Frage ist, wie sehen wir uns selbst, wie sehen wir andere? Und wir müssen gewisse Eigenschaften entwickeln, Mitgefühl und Empathie. Und es ist aber so, dass wir immer mehr abgelenkt werden. Wir reflektieren immer weniger. Wir überlegen uns nicht, was wir wirklich tun. Wir sind auf irgendeine App. Wir sind nicht wirklich präsent. Wir müssen präsenter sein. Und wir haben immer weniger Zeit dafür. Und das ist hier ein Paradox, weil das menschliche Verhalten uns widerstandsfähig macht gegenüber Veränderungen. Und wir haben Probleme mit der unstrukturierten Komplexität von menschlichen Beziehungen. Aber wir haben ja immer noch das iPhone, auf das wir zurückgehen können, weil das klare Strukturen bietet. Es ist wichtig, dass wir diese menschlichen Beziehungen fördern. Sie haben sicher schon mit Menschen gesprochen, sie sprechen mit ihnen. Sie sind zwar vor ihnen, sie stehen vor ihnen, aber sie wissen, in Gedanken sind sie woanders. Sie denken über Dinge nach, was sie zu tun haben, was sie zu kochen haben, was sie im nächsten Panel sagen werden. Und von außen sieht das irgendwie ganz normal aus. Aber wenn jemand präsent ist, dann spürt man das schon, diese Präsenz. Mein Hauptthema also ist, dass wir wirklich sicherstellen, dass wir mehr Zeit haben, präsent zu sein und Mitgefühl entwickeln können für andere Menschen. Perspektive. Amat, aus Ihrer Sicht, Sie haben ja auch von Präsenz und gegenseitigem Verständnis gesprochen. My Honor. Es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen vor Ihnen allen, die die Wahrheit suchen, jene, die hier im Saal sitzen oder wer online zusieht. Und ich möchte mich auch bedanken, meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen, Ihnen gegenüber und den anderen Podiumsteilnehmern, die hier sind. Nun, um mal einführend in die Diskussion reinzukommen, möchte ich aus religiöser Sicht sprechen. In erster Linie, weil ich Muslim bin, natürlich aus muslimischer Sicht, ich möchte erklären, wie ich diese paradoxen Fragen, die Sie angesprochen haben und die auch sicher andere ansprechen werden, sehe, nämlich Mensch zu sein und in diesem digitalen Zeitalter zu leben. Als Muslim, glaube ich und glauben wir, dass Gott uns aus einem bestimmten Grund geschaffen hat. Es steht eine Philosophie dahinter und die Hauptphilosophie, wir können jetzt natürlich nicht in die Details gehen, aber die Hauptphilosophie, gemäß den koranischen Versen, ist eben so nahe an Gott zu kommen wie möglich. Für ihn gibt es ja das Absolute, das absolut Gute. Wie man nun auf diese Position, an diese Position rankommt, das ist das Wichtigste für einen Muslim, der sich dem Auftrag Gottes unterwirft, wie er zu werden, denn er hat uns geschaffen, nach seinem Bild, nach seinem Wesen und jede Ablenkung, alles, was einen entfernt von Gott, das ist nicht empfohlen, das sollten wir vermeiden oder überwinden. Nun, in Bezug auf Zeit und Ort, verändern sich die Dinge, aber der Grundsatz bleibt immer derselbe. Im digitalen Zeitalter ist nun alles, was uns näher an diese Absolutheit bringen kann, sehr empfohlen. Zum Beispiel aus Sicht des Islams, aber nicht nur aus Sicht des Islams. Wir wissen ja, in jeder Religion oder selbst Atheisten haben Dinge, die ermutigen, Gutes zu tun. Und was allen hilft, wenn wir also digitale Medien, digitales Werkzeug nutzen können, um anderen zu helfen, als Ministerin zum Beispiel in der Bildung, die richtige Bildung zu haben, dann ist das eben sehr empfohlen. Und wenn es böse, übel ist, dann müssen wir es vermeiden. Ich werde dann später noch weiter auf meine persönliche Erfahrung damit eingehen und wie wir das dann auch vielleicht für andere nutzen können. Gut, vielen Dank. Dann Alan, aus Ihrer Sicht, Ihre Sicht bitte. Ja, guten Tag meinerseits. Nun, wer nicht weiß, was LinkedIn ist, das ist eigentlich ein großer soziales Netzwerk, ähnlich wie Facebook, aber vorwiegend für den Arbeitsbereich. Wir wenden sehr viel Zeit darauf, uns zu überlegen, wie die Welt der Arbeit in Zukunft aussehen wird. Wir überlegen uns, was die wichtigsten Fähigkeiten sind, nach denen gesucht wird auf der Welt. Und in den letzten paar Jahren waren in den Top-10-Fähigkeiten nur technologische Fähigkeiten drin. 2016 war die Nummer 1 Datenwissenschaftler. Also das ist, was sehr technologiefokussiert ist. Und der Hauptgrund, weshalb ich hier bin am Forum, besteht darin, dass ich mit verschiedenen Unternehmen und Regierungen sprechen will, darüber, wie wir in diesem Übergang von sehr vielfältigen Fähigkeiten zu sehr spezifisch technologischen Fähigkeiten helfen können. Es ist ja sehr wichtig, dass wir in Beschäftigung bleiben, in der Wirtschaft drin bleiben, in der Gemeinschaft drin bleiben. Und es zeigt sich, dass der wichtigste Faktor überhaupt, wenn man eine Arbeitsstelle bekommen will und die entsprechenden Fähigkeiten hat, die Leute im Umfeld sind. Also LinkedIn, das ist ein Netzwerk. Man kann sich an die Leute, mit denen man vernetzt ist, wenden, auch auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Und es bringt sehr viel, wenn man auf der Suche nach einer Arbeitsstelle ist, bei LinkedIn zu sein. Aber die Auswirkungen sind auch noch ganz anders. Und das gehört eben auch zu LinkedIn. Bei LinkedIn, wenn man, nehmen wir zum Beispiel ein berufliches Thema, wenn man sich darüber unterhält, wie man zum Beispiel die Entschädigungspolitik im Unternehmen aufstellen möchte, dann gibt es Leute, die unterschiedliche Meinungen sind. Die einen nehmen diese Perspektive ein, die andere die andere. Und bei LinkedIn haben wir es aber ganz einfach gemacht, dass man sich mit Leuten umgibt, die gleich denken. Das geht natürlich auch für Facebook, für Twitter, für all diese Social Media, die wir eben online konsumieren. Deswegen ist es für uns eine große Herausforderung, wie wir diese Verbindung untereinander erneuern, damit wir auch wieder eine entsprechende Vielfalt und produktive Gespräche, die unsere Kulturen erfolgreich gemacht haben, wiederherstellen können in einem Umfeld, wo es eben ganz einfach ist, sich nur mit Leuten zu umgeben, die immer mit einem einverstanden sind. Vielen Dank. Dann Tracy, noch zu Ihrer Perspektive. Also mich fasziniert schon mal, was hier alles gesagt wurde, die verschiedenen Blickwinkel zu hören. Irgendwie bin ich da ein bisschen Außenseiterin. Ich bin ja eine Game-Designerin und die Menschen haben sofort den Eindruck, wenn sie das hören, dass ich Technologie baue. Ich würde sagen, die Spiele, die Games, sind eigentlich ein organisatorischer Prozess oder beruhen auf organisatorischen Grundsätzen, die frühzeitliche Menschen schon genutzt hatten, um miteinander in Verbindung zu kommen. Das sind gesellschaftliche Organisationen. Wir werfen eine Münze und entscheiden dann irgendetwas, je nachdem, auf welche Seite die Münze fällt. Das ist quasi ein gesellschaftlicher Vertrag, den wir eingehen. Und wenn wir dann uns entsprechend verhalten, je nachdem, auf welche Seite die Münze fällt, dann ist es etwas Spielerisches. Und das ist aber eingebaut worden, auch in Staaten, in unterschiedlichste Verbindungen zwischen Menschen. Und jetzt haben wir diese technologischen Möglichkeiten, die es uns ermöglichen, miteinander zu spielen über das Internet, über digitale Medien. Und wir können sagen, gut, jetzt entscheidet es nicht mehr du und ich, sondern der Computer, auf welche Seite die Münze fällt oder worüber entschieden wird. Und wir unterwerfen uns diesen Computerregeln. Die Frage des Tages für mich ist, wie ändert uns das als Menschen, wenn die herkömmlichsten menschlichen Aktivitäten, wie das Spielen zum Beispiel, plötzlich durch künstliche Intelligenz oder digitale Medien, Technologien und soziale Netzwerke bestimmt werden. Wie entwickeln wir uns da weiter, wenn die Regeln nicht mehr von uns gemacht werden oder durchgesetzt werden? Es ist für mich sehr wichtig, dass wir als Menschen die Fähigkeit beibehalten, aus diesen Erfahrungen zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Technologie baue oder entwickle, sondern Möglichkeiten für Menschen schaffe, sich weiterzuentwickeln. Das ist ja eine sehr kontraintuitive Perspektive, dass Technologie und künstliche Intelligenz uns zur Weiterentwicklung führt. Aber das ist eine große Chance und spricht eben auch das Thema Kreativität an. Und eben auch den inhärenten menschlichen Teil, den wir bewahren müssen. Gut, vielleicht können wir jetzt das Gespräch etwas erweitern. Wie sehen wir Kreativität? Wie kann Kreativität in die Technologie eingebracht werden? Oder wie lässt sich Kreativität unterstützen durch Technologie? Ich weiß nicht, ob da jemand jetzt gleich den Faden aufgreifen möchte. Also wir haben ja entschieden, in die Produktion, im Bereich Kunst und Kultur zu investieren. Als Regierung haben wir beschlossen, das Budget zur Unterstützung der Künstler zu verdoppeln, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Werk weiterzuentwickeln, sei es im Theater oder im Film. Die Fragen, die wir uns stellen, sind, wie ist es möglich, dass Technologie und das, was Alan eben erwähnte, diese Filterblase, die er angesprochen hat, dass man so mehr oder weniger innerhalb seiner eigenen Algorithmengruppe drin bleibt. Wie kann man da immer noch kulturelle Diversität, Vielfalt haben? Kanada hat sich ja auch dem UNESCO-Abkommen über kulturelle Vielfalt angeschlossen vor etwa zehn Jahren. Und wir versuchen jetzt in diesem Rahmen daran zu arbeiten, wie denn die kulturelle Vielfalt im digitalen Zeithalter aussehen kann, wie Künstler, Bürger im Allgemeinen Zugang bekommen können zur Welt. Und eben dies nicht durch einen Filter. Es ist uns aber auch bewusst, dass unser ganzes System auf den Kopf gestellt wird. Also Vertrieb, Radio- und Fernsehübertragung, das analoge System und so weiter. Da stellt sich die Frage, wie können wir als Regierung, als Staat relevant eingreifen im digitalen Zeitalter. Und was sollen wir tun? Soll der Staat einfach nur vielleicht alles den Unternehmen überlassen, den multinationalen Großunternehmen, oder haben wir eine Mitsprache? Das sind die Fragen, die wir prüfen in Kanada. Und deswegen bin ich auch hier und freue mich sehr, über diese wichtigen Fragen sprechen zu können. Vielleicht darf ich da auch gleich eingreifen. Diese Frage der kulturellen Vielfalt, die hat ja sicher auch mit der Arbeit zu tun, die Sie gemacht haben. Ja, Kreativität positiv gesehen. Wiederum aus islamischer Sicht möchte ich Folgendes erwähnen. Es gehört zu den Pflichten der Muslime, auch Spenden zu machen für gewisse Elemente oder gewisse Aspekte, die nur beschränkt unterstützt werden. Aber aufgrund der aktuellen Bedürfnisse sollten, dass die islamischen Gelehrten auch so sehen, mit neuen Methoden, die die ganzen muslimischen Gemeinschaften unterstützen, jenen zu helfen. Zum Beispiel diesen Game-Konstrukteuren, die etwas Positives machen wollen. Die brauchen Spender, die brauchen Sponsoren. Das ist die Aufgabe der Regierungen, aber auch der Privatwirtschaft. Diese Leute zu unterstützen, das ist auch eine Frage der Verantwortung, des Verantwortungsbewusstseins, über die das WEF ja heute gerade sich unterhält und was das Motto des World Economic Forums ist. Und aufgrund der muslimischen Grundsätze können wir das auch als Pflicht für jeden Muslim formulieren, sich an dieser Initiative in der heutigen Welt, in diesem digitalen Zeitalter zu beteiligen. Alan, es sieht so aus, als wollten Sie da gleich was sagen. Ja, zur Kreativität. Es war sehr interessant, was Sie zuvor sagten, über Kreativität im Bereich der Künste und als Förderung der Innovation. Das haben wir auch festgestellt. Ich habe ja im Silicon Valley gearbeitet und ich werde dauernd gefragt, wie das im Silicon Valley ist und die einfache Arbeit ist. Silicon Valley funktioniert, weil da sehr viele Leute mit unterschiedlichen Ansichten sind und die kommen zusammen in unterschiedlichen Kombinationen, um etwas zu tun. Eigentlich ist das schon alles. Es ist dann immer wieder neu zusammengewürfelte Ideen. Und Technologie kann da sehr nützlich sein, dies zu unterstützen, wie auch im Bereich der Künste. Aber es ist natürlich auch relativ schwierig zu bewerkstelligen. Sagen wir mal, ich lanciere heute etwas. Hier im Jahr 2017 habe ich mehr Möglichkeiten, Ideen aufzufinden, aufzufinden, Partner zu finden und Geld aufzubringen für meine Idee. Mehr Möglichkeiten als je zuvor. Ob das jetzt im Bereich Kunst, Kultur ist, Forschung oder ob Sie ein Unternehmen gründen möchten, Sie haben so viel mehr Ressourcen als je zuvor, die anzuzapfen sind. Aber wir haben auch das Problem, dass genau diese Tools, diese Instrumente uns irgendwie wieder fokussieren in Gruppen von Leuten, die sehr ähnlich sind. Also die eigentliche Herausforderung ist, zuerst mal sich zu überlegen, ob es einen Ausweg aus diesem Problem gibt und zweitens sich zu überlegen, was denn die Motivation der Menschen ist, vielleicht auch mal Andersdenkende anzusprechen. Hier beim World Economic Forum geht es ja vorwiegend um Wirtschaft, Wirtschaftsdruck. Wenn Sie Wirtschaftsdruck empfinden, dann gehen Sie normalerweise zu Ihrem Stamm zurück, das heißt zu Ihrer Familie, zu Ihren Freunden, die eben alle ähnlich denken. Wenn Sie aber sich wirtschaftlich befähigt fühlen, dann wenden Sie sich an Leute, die anders denken, weil Sie wissen, die können Ihnen einen zusätzlichen Wert bringen. Für mich ist ein Teil der Antwort auf die Frage der Rolle der Staaten und Regierungen. Die Staaten können sich fragen, wie bringen wir das zusammen, was zu wirtschaftlicher Befähigung führt, zu einer vielfältigeren Kombination von Ideen an einem und demselben Ort. Das ist eine Herausforderung. Insbesondere, weil sich in diesem Gespräch jeder auf einen anderen Standpunkt stellt und es sehr viel Druck auf der ganzen Welt gibt, also wirtschaftlichen Druck, der sich auswirkt auf dieses Gespräch, auf diese Diskussion. Ja, also Nicole und Tracy wollten beide das sagen, Nicole erst. Ich möchte dann nochmal auf die Vielfalt zurückzukommen. Ich habe ja auch gerade an Genderfragen gearbeitet und sehe da eine große Entwicklung, auch wenn es noch viel zu tun gibt, mehr Vielfalt in der Arbeitswelt zu haben. Also einerseits haben wir ja großes Potenzial für mehr Inklusion, mehr Integration und das Ganze geschieht langsam. Ich glaube aber auch, Sie haben ja auch erwähnt, dass wir alle irgendwie vorprogrammiert sind, dass wir, also gerade wenn wir von künstlicher Intelligenz und Technologie sprechen, dann denken wir sofort an unsere eigene Programmierung und die Herausforderung ist, dass wir diese Situation durchbrechen müssen, dass wir nicht einfach nur so handeln, wie wir programmiert sind zu handeln, sondern eine Möglichkeit finden, darüber hinaus zu gehen, unsere Programmierung zu überwinden. Das macht uns dann auch menschlich, eben über das hinaus zu gehen, wofür wir programmiert sind und auch zu realisieren, dass wir in mancher Hinsicht voreingenommen sind. Wenn Technologie so dafür eingesetzt wird, muss das aber auch absichtlich gemacht werden, denn wenn wir die Technologie einfach so laufen lassen, dann werden wir uns in eine Richtung entwickeln, die eben unsere vorgefassten Meinungen bestätigen. Ich möchte einiges zusammenbringen, was ich jetzt Interessantes gehört habe. Wenn ich mir über Technologie Überlegungen mache, dann sieht vielleicht für jemanden, der einen Hammer hat, alles wie einen Nagel aus, möchte ich mal sagen. Also, wir lassen ja nicht nur Programme laufen, sondern wir haben auch Tools, die wir entwickelt haben, die uns weitergegeben wurden. Und die Tools, die wir jetzt in Frage stellen, da überlege ich mir als Game-Konstrukteurin oft, dass die Menschen sagen, gut, ich möchte ein Tool haben, das mir eine Sache vereinfacht. Ich möchte eine Dose öffnen, also baue ich mir, konstruiere ich mir einen Dosenöffner, weil das einfach ein Vorteil ist, wenn man eine Dose öffnen möchte. Als Game-Konstrukteurin würde ich das jetzt nicht tun, einen Dosenöffner herstellen, sondern jemandem eine Dose geben und sagen, einen Dosenöffner kriegst du nicht, du musst in diese Dose reinkommen können ohne Dosenöffner. Das ist ein Sachzwang. Und jetzt müssen die Menschen querdenken, um diese Dose öffnen zu können. Das ist doch das Schöne daran. Das Ganze auf den Kopf stellen und sagen, gut, wir konstruieren nicht irgendeine Technologie oder Technik, sondern überlegen uns mal, wie wir menschliche Reaktionen gestalten können, die vielleicht kreative Lösungen fördern. Vielleicht kommt dann plötzlich was ganz anderes raus, dass diese Dose trotzdem dann öffnen hilft und ein Problem löst. Also für mich ist das eine Chance in einem bestimmten Moment und es gibt zahllose Grundwerkzeuge, die immer wieder neu kombiniert werden können, um neue Lösungen zu erarbeiten, die dann eben Vielfalt und Kreativität bringen. Absolut. Melanie, ich glaube, Sie haben genickt, Sie wollen was dazu sagen. Ja, ganz ehrlich muss ich sagen, die Frage ist unheimlich kompliziert, die wir uns hier gestellt haben. Was bedeutet es, Mensch zu sein in der vierten industriellen Revolution? Das erfordert eine neue Definition aus Mensch, des Menschen, des Menschseins. Wichtig ist kreativ zu denken, wichtig ist Bildung, um sicherzustellen, dass unsere Kinder eben Menschen sind, zuerst Menschen, gute Menschen und nicht einfach Endverbraucher. Sie sind Menschen, sie sind Bürger und dann werden sie Arbeitnehmer vielleicht, sie sind im Arbeitsprozess integriert und das ist eine ganz komplexe Definition des Menschen. Es kommt immer etwas Neues hinzu im Laufe des Lebens eines Menschen. Ich habe mich neulich mit jungen Menschen, mit den Young Global Shaper hier in Davos unterhalten. Wenn es um Wertvorstellungen geht, dann haben sie ganz klare Aussagen zur Technologie. Und es ist wichtig, dass man diese Werte sieht, dass man sie kommuniziert. Die Technologie ist klar ein Teil unseres Lebens und wir müssen sicherstellen, dass die Technologie sich positiv auswirkt. Denn an sich ist die Technologie neutral. Der Mensch entscheidet, ob sich die Technologie positiv oder negativ auswirkt. Das ist nicht der Minister, der zu Ihnen spricht, sondern Melanie. Da haben Sie sicher recht. Nämlich, dass man die Wahl hat. Wer trifft die Wahl? Sie haben das angesprochen. Manchmal entscheidet die Technik, manchmal die Maschine, manchmal der Mensch. Vielleicht das etwas weiterentwickeln. Wie können wir etwas verstehen? Welche Rolle haben die Regierungen hier zu spielen? Welche Rolle spielt das im Friedensprozess? Wo haben wir die Wahl? Wo haben wir eine Verpflichtung? Was die freie Wahl angeht, wenn ich darf. Lange Zeit war es ja so, dass in Kanada, in Europa und in anderen Ländern protektionistische Werkzeuge zur Verfügung standen, um sicherzustellen, dass die Inhaltproduktion im Land wirklich abgedeckt wurde. Aber das ist nicht mehr der Fall. Als Regierung müssen wir die Produktion von Inhalt fördern und unterstützen. Denn nur wenn wir das tun, können wir zum Beispiel auch uns in unseren Sprachen unterhalten. Wir haben zwei offizielle Sprachen in Kanada, Französisch und Englisch. Wir haben 16 Sprachen der Ureinwohner, die wir auch fördern müssen. Nun, das ist eine kulturelle Vielfalt. Da müssen wir eine Entscheidung treffen. Ammar? Ich möchte hier Folgendes sagen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wenn wir vom digitalen Zeitalter sprechen, dann geht das nicht alle Menschen an auf dieser Welt. Es gibt Millionen, vielleicht sogar Milliarden, die in Armut leben. Analphabetentum ist ein großes Problem. Menschen in Afrika haben kein Wasser, kein Trinkwasser. Ihre alltäglichen Bedürfnisse werden nicht abgedeckt. Ich bin vor allem im mittleren Osten tätig, befasse mich mit Konfliktbewältigung und ich habe auch in Afrika gearbeitet. Und wenn Sie jetzt hier von den Medien sprechen, dann ist das etwas, was nur uns hier betrifft. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das sind Herausforderungen in anderen Teilen der Welt. Wir sprechen hier über ein Problem des Westens. Auch wenn diese Herausforderungen wahrscheinlich sich ausbreiten aufgrund der Technologie, aufgrund dieser neuen Erfindungen und Entwicklungen. Aber es ist ein Produkt der Moderne, aus der westlichen Kultur heraus. Aber das ist jetzt etwas, das den anderen Kulturen auferlegt wird, den anderen Ländern und Nationen. Und da gibt es da natürlich eine Reaktion darauf. Hier entstand das aus einer Philosophie, aus einer positivistischen Philosophie. Und jetzt sehen wir die Ergebnisse. Aber in anderen Ländern, anderen Kulturen kann das auf Widerstand stoßen. Und darüber müssen wir uns auch Gedanken machen. Jetzt, wie geht man damit um? Vom Islam her gesehen, haben wir drei Arten von Verantwortung für jeden Menschen. Jeder Mensch hat diese Verantwortung, nämlich Eigenverantwortung. Dann zweitens Verantwortung gegenüber der Familie. Und drittens gegenüber dem Rest, der Gesellschaft, der Welt, der Umwelt und so weiter. Es ist nicht so, dass wir keine Eigenverantwortung haben oder nur Eigenverantwortung. Gott wird uns fragen, was hast du mit deiner Zeit angefangen? Wie hast du deine Zeit verbracht? Mit wem hast du deine Werte geteilt? Auf dieser Basis müssen wir unsere Handlungen planen. Zum Beispiel sollten wir keine Zeit verschwenden, Bücher, Medien und so weiter, die ihnen nicht helfen, ein besserer Mensch zu werden. Das ist reine Zeitverschwendung. Alan, ich glaube, Sie wollen etwas dazu sagen. Nun, ich nehme das auf, was gesagt wurde mit der Dose und dem Dosenöffner. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist, dass es Probleme gibt mit der Technologie. Man kann alles unternehmen, um das zu umgehen, aber die Technologie, die kriegt man nicht mehr weg. Sie können sie nicht eliminieren. Wir müssen also kreativ die Lösungen entwickeln, denn die Technologie, die wächst derart schnell an und wir müssen das nutzen, um eine friedlichere, reichere Gesellschaft zu werden, reichhaltigere Gesellschaft zu werden. Wir müssen einfach wissen, wie wir das beeinflussen, damit alle Zugang haben, damit wirklich die Wirkung allen zur Verfügung steht. Entsprechend müssen wir unsere Werte entwickeln, wir müssen sie definieren und die Werte werden dann unseren Taten folgen. Ich glaube, das ist ein Gedankenspiel hier. Es ist auch interessant, wenn Sie Spiele entwickeln, so machen wir das in Silicon Valley. Wir haben ein Problem, das Problem muss gelöst werden, vielleicht auch spielerisch. Das Problem vielleicht hier und in diesem Saal ist, was würden Sie anders anpacken? Was würden Sie anders sehen möchten in der bestehenden Technologie? Wo laufen Dinge falsch? Und gibt es Lösungen? Lösungen in der Art und Weise, wie wir die Sache anpacken? Das werden wir heute nicht lösen können. Es wird uns Jahre dauern, bis wir diese Fragen beantwortet haben. Aber wenn wir vielleicht Ideen einbringen, dann kommen wir vielleicht weiter. Ja, das ist ein sehr schöner Ansatz. Und ich möchte vielleicht gleich darauf eingehen, wenn man sich mit der Technologie befasst, und ich mache das jetzt seit 25 Jahren, und ich denke, in der digitalen Technologie gibt es eine Prämisse, nämlich mehr Effizienz, dass wir weniger Reibungsverluste haben in unseren Systemen aufgrund der Technologien. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht ist das nicht das Wichtigste. Vielleicht sollten wir mehr Reibung haben. Vielleicht brauchen Menschen Reibung, damit wir uns nicht schaden und uns nicht gegenseitig schaden. In unserer Technologie brauchen wir manchmal Reibung. Es geht nicht immer darum, oder es soll nicht immer darum gehen, Effizienz, Geschwindigkeit, Leichtigkeit, Einfachheit zu produzieren. Es sollte Orte geben für diese anderen Möglichkeiten, nämlich die Arten der Präsenz, was gesagt wurde. Momente, wo wir wirklich eine Wahl haben, wo wir in uns gehen, auf uns hören. Die neuen Technologien, die haben diesen menschlichen Schwerpunkt etwas verdrängt. Darüber denke ich oft nach. Wie können wir für die nächste Generation hier eine verantwortungsbewusste Reibung wieder zurückbringen in diese Systeme? Eine tolle Frage, sehr gut. Vielleicht ganz kurz etwas dazu. Reibungsverluste, das ist ein altes Prinzip, das ist eigentlich nicht moralisch, nicht ethisch. Immer diese Reibungen reduzieren, abbauen. Gehen Sie nach Silicon Valley. Alle sagen, wir müssen Reibungsverluste abbauen. Wir müssen an der Angst arbeiten, dass man Sachen verpasst. Aber alle diese Sachen, die sind nicht wirklich wertvoll für die Benutzer, für die Gesellschaft schlechthin oder für eine bessere Welt. Ich glaube, hier führt die Technik unser ethisches Handeln an und das ist nicht gesund. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich möchte das vielleicht noch weiterentwickeln im Zusammenhang mit Kreativität. Künstler wissen, dass Kreativität entsteht, wenn man irgendwie stecken geblieben ist, wenn man in einer Sackgasse ist, wenn man ganz leer ist. Das ist genau das Gegenteil der Effizienz. Das ist interessant, was Sie sagen, weil wir da wieder zurückkommen zum menschlichen Element, zum Vakuum des Konflikts. Und dann kann etwas darin entstehen. Noch etwas zur Wahl und zur freien Entscheidung. Das wurde oft gesagt. Und die Frage ist, haben wir wirklich die freie Wahl und was bedeutet freie Wahl? Und da komme ich wieder zur Programmierung zurück. Irgendwie haben wir das Gefühl, wir treffen Entscheidungen. Dabei läuft nur ein Programm ab. Aber wir können nicht wirklich entscheiden. Wir werden geführt und geleitet und wir sollten freier werden in unseren Entscheidungen und müssen wirklich verstehen, was wir tun. Wir müssen nicht einfach Programme abwickeln lassen. Amat? Nun, als Vertreter des Klerus habe ich eine Frage natürlich zur Ethik. Was steht hinter dieser ganzen Entwicklung? Wer definiert diese Grundsätze, diese ethischen Grundsätze? Das ist mein Thema. Vor allem, wenn Sie religiöse Institutionen betrachten. Wenn religiöse Institutionen diese Herausforderung beiseite lassen und nicht wissen, was die neuen Generationen entwickeln. Und wenn die Religionen nur sich auf das Altmodische konzentrieren, die Religion, die Moral und so weiter. Wenn wir das tun, dann räumen wir das Feld für jene, welche keine Grundsätze haben. Keine Prinzipien. Und prinzipienfrei zu sein, das kann ein Prinzip werden für die moralische Basis all dieser Technologien. Und davor habe ich Angst. Vielleicht dazu gleich noch was. Wenn ich mit Technologieentwicklern spreche, dann ist es interessant, dass sie auch Prinzipien haben, die kommen aus der Technologie raus. Aber sie sprechen immer über moralische und ethische Prinzipien. Ein Beispiel. Nun, ich möchte jetzt nicht LinkedIn hier in den Mittelpunkt rücken, aber jedes Unternehmen überlegt sich das. Wir möchten mit LinkedIn wirtschaftliche Chancen ermöglichen für Bewohner dieser Welt. Das ist unsere moralische Mission. Wir sprechen jeden Tag darüber. Es ist ein Spannungsfeld. Spannungsfeld zwischen jenen, die Technologie entwickeln. Sie wollen die traditionellen moralischen und ethischen Grundsätze umwickeln, aber die Technologie bringt was anderes. Ja, aber hier haben wir eine Kluft zwischen dem, was die Ingenieure tun und was die Gesellschaft will und braucht. Vor allem, wenn sie etwas weiter gehen in die dritte Welt. Da haben wir einen gewissen Dialog. Da ist eine Zusammenarbeit nötig. Ein Dialog zwischen Technologieentwicklern und den Menschen. Und jetzt kommt wieder die Rolle des Staates und der Privatwirtschaft rein. Sie müssen die Forschung fördern, vor allem die Förderung im Feld draußen. Das ist ein interessanter Standpunkt. Sehr lange haben Regierungen sich mit dieser Diskussion gar nicht auseinandergesetzt, weil sie gesagt haben, ja, das ist die Wirtschaft. Und viele der multinationalen Unternehmen waren nicht auf unserem Staatsgebiet. Und mit dem Internet wurde ja alles globalisiert. Aber jetzt sieht man, dass eben Regierungen und Staaten auch exterritoriale Elemente berücksichtigen müssen in ihrer Gesetzesentwicklung. Als Regierung müssen wir das schon sehen. Wenn ich mit meinen Kollegen Kulturministern auf der ganzen Welt spreche, dann wird das zu Priorität Nummer eins in ihrem neuen Aufgabenbereich. Darüber müssen wir uns entsprechend unterhalten. Damit wir die Bürger wirklich auch vertreten können und nicht nur die Regierung vertreten. Und hier müssen wir auch eine gewisse Reibung zulassen, wie gesagt wurde, um sicherzustellen, dass wir kulturelle Vielfalt haben, trotz aller Algorithmen. Denn die Filterblase, die hat eine negative Auswirkung. Wir müssen mehr Demokratie haben. Nicht die Regierungen müssen sagen, wie das umgesetzt wird, sondern die digitalen Plattformen mit ihrer Kreativität müssen da eine Rolle spielen, um diese wichtigen Fragen zu beantworten. Absolut. Nun, wir sprechen vor Interaktion und Dialog. Also möchten wir das Publikum hier mit einbinden. Wir haben hier Mikrofone auf beiden Seiten. Und ich sehe, dass sich jemand hier schon gemeldet hat. Drei bis vier Menschen. Bitte warten Sie auf das Mikrofon. Bitte, wenn Sie sich kurz vorstellen können. Ich bin Alec Gagnier. Ich freue mich, dass Sie über Demokratie sprechen. Es ist auch schön, dass Sie über Ethik und Moral sprechen und über Empathie. Viele Technologien bringen eigentlich nichts. Sie sind nicht nützlich für die Menschen schlechthin und auch nicht für Pflanzen und Tiere. Denken wir an Kanada. Da gibt es Ölsand, der abgebaut wird. Was können wir tun, um das zu stoppen? Wie können wir die Natur schützen? Die meisten Spiele sind Ballerspiele. Je mehr Menschen ich umbringe, desto mehr Punkte kriege ich. Wie können wir die junge Generation davor schützen? Oder Drohnen. Das ist auch High-Technologie. Die Drohnen von Obama, die töten Menschen jeden Tag. Was können wir da unternehmen? Vielleicht haben wir ein paar Fragen und dann können wir sie hier ansprechen auf dem Podium. Ich bin sicher, dann können wir sie auch Themen entwickeln. Sie dürfen natürlich auch Deutsch sprechen. Es wird auf Englisch übersetzt. Guten Tag. Vielen Dank für diese interessante Diskussion. Ich bin Alex Forsen. Ich bin CEO von Rising Tide Capital. Mr. Blue hat von der Problemlösungskapazität gesprochen. Nun, in der vierten industriellen Revolution ist es so, dass wir in einer Marktwirtschaft tätig sind, die auf dem Prinzip der Knappheit beruht. Aber wir produzieren Dienstleistungen, Produkte und die Grenzkosten der Arbeitskräfte spielen hier eine Rolle. Nun, wenn wir jetzt an den Menschen glauben, in der vierten industriellen Revolution brauchen wir auch wirtschaftliche Philosophien, die nicht nur Mangel, sondern eben auch Überfluss möglich machen. Ganz hinten. Guten Tag. Mein Name ist Anna. Ich bin Ahmad Hemken von der Rudau Nachrichtensender. Das ist ein Sender in Nordirak, Kurdistan. Und wir sind in der Welt. Interessant, ich arbeite für Fernsehen. Ich weiß, wie wichtig das ist, wenn Technologie vorgeschritten ist. Aber wir sollten das, wie ist das überhaupt in der dritten Welt? Wie können diese Gesellschaften, die wirklich, wie Sie das erwähnt haben, die Probleme mit Nahrung haben, wie kommen die mit der Technologie fortgeschrittenen Technologie weit? Und meine Frage ist, wenn wir jetzt von, Sie haben uns gefragt, ein fahrendes, selbstfahrendes Auto, wie wird das mit der Arbeitslosigkeit vereinbart? Die Ministerin ist heute bestimmt, hat heute eine Chauffeurin oder einen Chauffeur. Aber morgen, wenn wir ein selbstfahrendes Auto haben, haben wir keinen Chauffeur. Wie überlegt man sich, diese Balance zu halten? Ist das nicht eine Sorge? Viele Menschen haben Angst, dass sie arbeitslos werden. Oder, ja, das ist meine Frage. Danke. Thank you. Danke. Wir sammeln noch ein paar Fragen ein. Haben da nochmal drei, vier. Und dann beantworten wir die verschiedenen Themen. Wir haben noch eine halbe Stunde. Also, wir haben über Technologie in der dritten Welt gesprochen. Wir können damit auf weltweite Herausforderungen eingehen. Dann die Frage, dass Technologie von Knappheit zu Überfluss führt. Das ist vielleicht schon fast ein Kontrast. Aber ich werfe die Frage Ihnen einfach mal zu. Und dann die Technologie nicht nur für die Frauen und Männer, für die Menschen, sondern auch für die Umwelt, die Tiere und so weiter. Also, das sind so die Punkte, die ich herausgehört habe. Alan wollte vielleicht erst mal was sagen und dann vielleicht sollten wir aus Kanada noch etwas hören. Und später kommen wir wieder zum Publikum zurück. Gut. Wir haben ja die dritte Welt und Entwicklungsländer und die interessantesten Innovationen gibt es gerade da. Erstens zum Beispiel gibt es auch einen Lichtblick der Frage der Entwicklungsländer, weil sie mit den neuen Technologien verschiedene Schritte gleich überspringen können. Südkorea ist ein gutes Beispiel. Südkorea war ein Land mit sehr geringer Telekommunikationsinfrastruktur und heute sind die quasi drahtlos. Die mussten nicht alle Schritte durchgehen, sondern sind direkt, haben vieles übersprungen, sind direkt in diese drahtlose Welt eingetreten. Es gibt dann natürlich auch andere Orte, wo es überhaupt noch keine Infrastruktur gibt und man viel höher einsteigen kann. Oder Afrika zum Beispiel. Da gibt es innovative Zahlungsplattformen. Indien schafft momentan die erste Gesellschaft mit biometrischer Messung für die Identifizierung der Bürger, damit also völlig zuverlässig Menschen identifiziert werden können und auch im Hinblick auf die erste entmonetarisierte Gesellschaft. Das sind also ganz neue Schritte aus den Entwicklungsländern. Frau Ministerin, ich denke alle Fragen, vor allem die zweite Frage, hatte mit der Monetarisierung zu tun. Was natürlich sehr interessant ist für die Staaten. Es ist ja auch sehr schwierig, hier ein entsprechendes Geschäftsmodell zu entwickeln, weil sich alles immer dauernd weiterentwickelt. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Eines schauen wir sich an, die Frage der Fairness. Fairness gegenüber ihnen, die den Content, den Inhalt schaffen. Das Wichtigste für unsere Regierung war einmal, in der Lage zu sein, jene, die den Inhalt herstellen, zu unterstützen. Es ist ja absolut notwendig, dass die Künstler, die Hersteller des Inhalts davon leben können, was sie tun. Und wenn sie dann die Auswirkungen des Streamings im Musiksektor berücksichtigen, dann sieht man, da gibt es gerade ein Problem mit der Fairness. Man kann das aber auch als Chance sehen. Und es ist wichtig, dass Inhalt Hersteller Zugriff haben auf Mittel, die es vorher nicht gab. Und wenn man sich das überlegt, dann kommen wir zur dritten Frage eben auch, der dritten Welt und der Entwicklungsländer. Da ist es eben auch interessant, meinen Kollegen in Paraguay, in der UNESCO zu arbeiten. Da wurde über die faszinierenden Auswirkungen des Internets gesprochen, auf die eigene Kultur, da in Paraguay, weil es auch eine Demokratisierung der Produktionsmittel gab, die es noch nie so gegeben hatte in diesem Land. Allen hat auch davon gesprochen, dass verschiedene Schritte direkt übersprungen werden können. Das gilt sicher auch in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern. Und dann zurück zur ersten Frage. Ich denke, als Regierung nutzen wir Technologie natürlich für die direkte Kommunikation in verschiedensten Fragen. Das macht unser Premierminister in Kanada mit Town Halls im ganzen Land. Er trifft sich mit den Menschen, die dann diese Treffen werden live übertragen im Internet oder über Twitter und Facebook. Und gleichzeitig schätzen wir den Wert der Medien richtig ein. Und es ist klar, wir brauchen Vermittler, die Inhalt entwickeln können, und zwar beruhend auf glaubwürdigen und zuverlässigen Quellen, was dann auch zu guten Entscheidungen in der Bevölkerung führt. Daran arbeiten wir sicher, denn die Auswirkung der Technologie ist da natürlich rasant wachsend. Und wir müssen uns ganz wichtige Fragen stellen in diesem Bereich. Ja, bitte. Abman? Oder Nicole? Ja, ich möchte da nochmal was ganz anderes ansprechen, nämlich die Frage Knappheit und Übermaß oder Überfluss. Das ist grundsätzlich. Und ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass jedes wirtschaftliche System aus Menschen besteht. Und die erste Änderung, die es geben muss, ist eine innere Verlagerung von Knappheit in Richtung Überfluss. Also wieso sollen sich Menschen weiterentwickeln? Wieso schauen wir uns immer, richten wir uns immer nach der Außenwelt? Wir haben doch auch ein Glauben daran, dass wir unvollständig sind, also dass die Knappheit auch in uns drin ist. Das müssen wir erst mal ändern. Wir müssen verstehen, dass wir vollständig sind, dass wir ein Universum in uns selbst haben, das Überfluss darstellt. Und erst dann können wir uns der Außenwelt zuwenden. Das ist nur ein kleines Element. Natürlich, Ihre Frage spricht eine riesige Dimension an. Und ich habe sicher nicht eine komplette Antwort darauf. Aber wir müssen erstmals bei unseren eigenen Überzeugungen beginnen. Ja, wenn ich die erste Frage richtig verstanden habe, dann geht es diesem Herrn um den falschen Gebrauch von Technologien, den unmenschlichen Gebrauch von Technologien, was wir dagegen tun können. Ich denke, man kann unterschiedlich damit umgehen. Erstens einmal müssen Staaten und NGOs und die Vereinten Nationen oder kürzlich auch die Europäische Union vor ein paar Tagen, glaube ich, wurde ein Gesetz oder sowas umgesetzt. Ich bin nicht sicher, dass man Roboter verantwortlich macht oder haftbar macht dafür, was sie tun. Also, gewisse Aspekte der Technologie, die Dame sagte das ja auch, sind irgendwie kurslos. Man kann sie richtig oder falsch anwenden, die Technologie. Man kann sie zu einem guten Zweck, zu einem schlechten Zweck einsetzen. Wenn jemand Technologie einsetzt, um Menschen zu töten, dann müssen diese Leute natürlich bestraft werden durch die internationale Gemeinschaft oder durch wen auch immer. Also, wenn man das insgesamt betrachtet und auf die Definition des menschlichen Wesens zurückführt, dann stellt sich die Frage, wer bestimmt die Werte. Also, wenn jemand eine Drohne einsetzt, dann stellt sich die Frage, gibt es da ethische Grundsätze zu berücksichtigen. Das sind paradoxe Fragen auch. Große Herausforderungen, die nicht leicht zu bewältigen sind. Wenn wir dann wieder zurückkommen auf Hunger, Armut und so weiter, dann bin ich völlig einverstanden, dass da die Verantwortung bei den Menschen liegt. Ich komme aus dem Iran. Im Mittleren Osten gab es verschiedene Kriege. Kriege wurden uns auferlegt. Unsere Nachbarstaaten sind in Kriege verwickelt. Da sieht man jeden Tag, welche Auswirkungen sich da ergeben. Und wenn wir die Probleme an der Wurzel packen müssen, müssen wir sich fragen, was ist die Hauptursache? Die Hauptursache kommt meistens aus dem Westen, von den Supermächten, ehrlich gesagt. Wer hat denn Iran zu dem gemacht, was er ist? Wer ist in anderen Ländern einmarschiert? Schauen Sie sich Afghanistan an. Also, jene, die die Technologie besitzen, missbrauchen sie. Und sie müssen auch einen Preis dafür bezahlen. Sie müssen beim Wiederaufbau helfen. Sie können sich nicht einfach aus dem Irak zurückziehen und sagen, gut, wir haben einen Fehler gemacht, aber ihr müsst jetzt den Preis bezahlen. Das ist nicht fair. Das ist ungerecht. Ja gut, also da sprechen wir doch von der Rolle der Menschen und den Entscheidungen, die sie treffen müssen. Es gibt da sehr viele Beispiele von guten Entscheidungen in Bezug auf die Nutzung von Technologie. Es ist auch immer eine Frage des Ausmaßes. Aber letztlich geht alles auf die Entscheidung der Menschen zurück in unser Gespräch, das wir hier führen. Gerade auch über die Transparenz in der Anwendung von Technologie. Da könnten weitere Podien darüber durchgeführt werden. Es wird auch in dieser Woche noch andere Podiumsgespräche zu ähnlichen Themen geben. Gehen wir ganz nach hinten. Da haben wir einen Herrn ganz hinten, der vor der Kamera steht, ganz weit hinten im Saal. Der hat schon lange seine Hand aufgehalten. Bitte. Und dann arbeiten wir uns nach vorne. Hier haben wir jemanden vorne. Ich bin Swamyak Nibesh aus Neu-Delhi in Indien. Und ich arbeite für die Ärmsten der Armen der Welt, die Opfer der modernen Sklaverei sind. Ich habe neun Jahre lang auch im entsprechenden Bereich in den UNO gearbeitet. Tut mir leid, wenn diese Einführung jetzt ein bisschen lange war. Aber, was ich eigentlich sagen will, ist, die ganze Diskussion über Technologie. Da müssen wir uns erstmal bewusst sein, dass das, was sie Technologie nennen, nicht aus dem Nichts kommt. Gott hat dieses wunderbare Universum für alle erschaffen, für alle Wesen, lebenden Wesen. Und dann sind jene, die die Möglichkeiten, das Geld haben, dazu gekommen, haben sie eine Frage? Ja, die Frage ist, wieso lassen wir die Privatisierung von natürlichen Ressourcen zu? Und wenn Wasser, Luft, in Privatbesitz gehen kann, wenn wir das zulassen, das geht nicht. Luft und Wasser gehören allen Menschen. Wieso sollten nur einzelne Unternehmen diese besitzen und ein Gewinn daraus ziehen? Wir haben nur noch 15 Minuten, also, wer hat die Kontrolle über Technologie? Das ist das Wichtige. Es ist die Militärindustrie, die Verteidigungsindustrie heute in der Welt. Die sagen, wo es lang geht. 1.700.000.000 Dollar Jahresbudget. Und die ganze Technologie wird für diese Killerbranche eingesetzt. Sind wir bereit, das zu hinterfragen? Das ist die Frage. Gut, dann machen wir weiter in der Mitte. Wir nehmen da nochmal zwei Fragen entgegen und dann arbeiten wir uns so langsam nach vorne im Saal. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich bin Alfa de Molache von Rising Capital, CEO. Es wird ja viel über die vierte industrielle Revolution und die Relevanz gesprochen und hat gerade auch mit der Notwendigkeit, mit der Dringlichkeit zu tun. Es gibt ja Investoren, Anleger, die sehr viel Geld investiert haben, in Erwartung einer Rendite, gestützt auf den menschlichen Aspekt, die menschliche Arbeit, die natürlich unter der Effizienz leidet, diese Entwicklung, aber man erwartet eine große Rendite davon. Also, Sie überlegen sich jetzt, Werte und Grundsätze zu formulieren. Was ist da der Mechanismus, den man anwenden kann und mit dem man vielleicht auch den Investoren Werte vermitteln kann? Vielen Dank für Ihre Frage. Dann gehen wir nach vorne. Da waren nochmal zwei und dann werden wir zu den Antworten übergehen. Ich bin Zhu Jin aus China. Ich arbeite seit einigen Jahren in der Automobilbranche und bin jetzt auch auf der Universität St. Gallen in der Schweiz tätig. Wir haben verschiedene Meinungen auf der Bühne gehört, aber wir haben eigentlich nur die Hälfte angesprochen. Das Thema heute ist ja die industrielle Revolution 4.0. Aber wir haben vor allem mehr von der Kreativität und der Revolution gehört, von der industriellen Revolution gehört. Aber ich möchte eher die Stabilität ansprechen. Wie erklären Sie diesen Gedanken, dass mit Kreativität mehr Stabilität herbeigeführt werden könnte, in dieser disruptiven Entwicklung drin? Wie überlegen Sie sich dieses Spannungsfeld zwischen Kreativität, Stabilität und dieser destruktiven Kraftentwicklung? Ich bin Christian Ratzfeld, Teamleiter bei Simo Biomed in Winterthur. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir in der Welt Gutes bewirken wollen. Und ich möchte aber erwähnen, dass jeder meinen kann, er tue Gutes für die Welt. Die Frage ist also, wie können wir uns darauf einigen, was denn darunter zu verstehen ist, wenn wir sagen, wir wollen etwas Gutes tun. Gut, also die gemeinsame Definition dessen, was Gutes bedeutet. Hier noch ein Herr, der sehr, sehr geduldig war. Ich bin Luca Egli und arbeite hier in einem Forschungszentrum in Davos. Ich bin nicht nur Wissenschaftler, sondern auch kulturell tätig im Bereich Kunst. Ich bin sehr erstaunt, vor allem über die riesigen Datenmengen, die es über Menschen gibt. Und meine Hypothese ist, dass mit diesen Daten das Verständnis der Menschen verbessert werden kann. Wir haben ja tausende Philosophen oder Religionsführer, die versuchen, die Menschheit zu verstehen. Mit diesen Datenmengen kann man das besser tun. Und ich habe das diskutiert mit Freunden. Die Frage ist, werden diese Datenmengen auch geöffnet? Werden Wissenschaftler Zugang dazu bekommen? Denn jetzt sind diese Daten in den Händen von Unternehmen. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Unternehmen eigentlich die Menschen besser machen wollen. Die Frage ist also, gibt es da auch staatliche Regeln gegenüber den Unternehmen, dass die Unternehmen gezwungen werden, mindestens einen Teil der Daten freizugeben? Ja, also ein wunderbares Publikum hier. Sie haben vieles angesprochen. Da gibt es vielleicht einige gemeinsame Punkte. Die ganze Frage der Werte und der Ausgewogenheit zwischen destruktivem Charakter der Entwicklung und der Pflicht, Stellen zu schaffen. Also, wie soll die Gesellschaft wieder funktionieren nach dieser Entwicklung oder im Rahmen dieser Entwicklung? Und dann natürlich auch die Offenheit der Daten, Zugang zu den Daten, die Pflicht der Unternehmen. Dann haben wir ein anderes Thema. Wie können wir uns darüber einigen, was es bedeutet, Gutes zu tun? Wer besitzt Technologie? Wer bestimmt die Regeln? Vielleicht können wir uns so auf diese zwei, drei Themen einigen, jetzt in der Beantwortung. Und wer möchte jetzt das Wort ergreifen und etwas dazu sagen, wo wir jetzt stehen, mit den Datenmodellen und den Geschäftsmöglichkeiten, auch den Möglichkeiten, Stellen zu schaffen. Ja, dazu kann ich schon kurz was sagen. Es ist natürlich jetzt ein Riesenthema. Auch hier am WEF ist ein sehr bestimmendes Thema. Hat vor allem zu tun mit der Geschwindigkeit der aktuellen industriellen Revolution. Und die Disruption, die wir hatten müssen, sollte ähnlich sein wie jene der industriellen Revolution, also die uns von der Landwirtschaft in die Industrie geführt hat. Das dauerte aber etwa 90 Jahre. Und dieselbe Disruption sollte jetzt in etwa einem Viertel der Zeit, 25 Jahren, herbeigeführt werden. Damit muss man rechnen und unsere Institutionen können kaum damit Schritt halten. Es wird also schwierig sein, damit zurende zu kommen. Deswegen müssen wir sehr proaktiv auf diese Fragen eingehen. Es wird sehr tiefgreifende Veränderungen geben in Bezug auf nützliche Fähigkeiten für die Menschen, denn das, was von uns verlangt werden wird, wird anders sein, ist schon anders heute, als im Vergleich noch vor zehn Jahren oder 20 Jahren. Also was man wissen muss, um erfolgreich zu sein in der Wirtschaft, das verändert sich und zwar sehr schnell. Also geht es vor allem um die Anpassung der Bildung. Wie schaffen wir neue Formen der Bildung, die das unterstützen? Und dann natürlich die Schaffung von Arbeitsplätzen, diese Frage. Es wird sehr viele Bereiche geben, wo die Automation erfolgreich ist. Hat nicht nur zu tun mit Stellen, die so offensichtlich sind, wie zum Beispiel Arbeit am Fließband, wo man heute ja schon sehr viele Roboter gibt. Nein, auch zum Beispiel Chauffeure, Lkw-Fahrer und so weiter sind betroffen oder Journalisten, die Artikel schreiben. Viele Artikel werden heute schon von Computern geschrieben, nicht mehr von Menschen, also vor allem im Bereich Sport und Finanzen. Also diese Veränderungen laufen sehr schnell ab und wir müssen als Menschen sicherstellen, dass wir unsere Fähigkeiten möglichst schnell entsprechend anpassen können, um mit diesem System zusammenzuarbeiten. Arbeitsstellenbeschaffung wird vor allem über Teams und Unternehmer erfolgen. Wir müssen sicherstellen, dass mehr Menschen ein eigenes Unternehmen gründen können. Es gibt ja alle möglichen unterschiedlichen Unternehmen, was dann vor allem auch in den letzten 50 Jahren in der entwickelten Welt zur Schaffung von Stellen geführt hat. Und zweitens, es gibt ja verschiedene Projekte, die wir gemeinsam betreiben müssen, um damit riesige Chancen zu schaffen. Zum Beispiel im Bereich Klimawandel. Der Klimawandel wird sich natürlich ganz erheblich auswirken auf die Welt. Millionen von Menschen müssen da zusammenarbeiten, um dieses Problem zu bewältigen, auch im Umgang mit Flüchtlingen, Vertriebenen und so weiter. Und die ist auf einem Weg eben zum Übermaß, Überfluss. Wir haben noch knapp zehn Minuten. Ich möchte noch ein paar Dinge ansprechen, die Fragen beantworten, und dann werden wir kurz eine Zusammenfassung haben. Zu den Arbeitsplätzen. Ich denke, das hat zu tun mit der Angst, die herrscht in der Wirtschaft im Westen. Deshalb spreche ich hier als Vertreterin der Regierung. Wir glauben an kreative Sektoren. Wir haben hier ein wirtschaftliches Potenzial. Wir möchten gute Arbeitsplätze schaffen. Wir möchten das Bruttosozialprodukt steigern. Schauen Sie den Videospielsektor in Kanada. Wir haben erst 2000 Studios. In 2014, 2015 wurden die alle gegründet. Plus 42 Prozent Wachstum im Sektor. Das sind gut bezahlte Arbeitsplätze. Durchschnittsalter der Leute, die da arbeiten, ist 31.000 und 71.000 kanadische Dollar ist das Durchschnittsgehalt. Also gute Mittelstandsberufe. Animatoren, Grafiker, das sind Künstler. Und der Kollege aus China hat das angesprochen. Ich war vor zwei Tagen noch in Shanghai. Und ich habe mit meinem chinesischen Ministerkollegen gesprochen und Behördenvertreter. Und die Chinesen wissen, dass sie die Kreativität steigern müssen. Sie haben das erhöht von 4 auf 5 Prozent. Und ich denke, das ist in der ganzen Welt ein interessanter Wirtschaftsfaktor. Und wie steht es mit der Innovation zur Schaffung von Wachstum in Zukunft? Es gibt kreative Sektoren. Dann haben wir Klimawandel. Wir sehen zum Beispiel die Bedeutung von Investitionen zur Bekämpfung von Klimawandel. Und dann Infrastruktur. Und unsere Infrastruktur wird alt, ist überaltert. Und wir brauchen neue Infrastruktur aufgrund der neuen Technologie. Das sind auch gute, interessante Arbeitsplätze, die hier geschaffen werden. Deshalb sind wir der Meinung, dass die Regierung einen klaren Plan braucht, um diese wirtschaftliche Angst zu vertreiben, sozusagen. Dann haben wir vom Datenaustausch gesprochen und der Abstimmung der Ziele. Und darüber werden wir hier sprechen und auch während des Jahres. Denn hier müssen Private und der Staat zusammenarbeiten, internationale Organisationen, damit man Ideen austauschen kann über Wertvorstellungen. Und die Unternehmen müssen verstehen, wie wir Daten schützen, wie wir Daten nutzen und sicherstellen, dass wir ein Maximum an Nutzen haben und ein Minimum an Risiken. Und dafür brauchen wir einen Dialog. Aber immer mehr Regierungen haben verstanden, dass wir die Daten nutzen müssen, um Menschen zu unterstützen, die Unternehmen gründen. Und dann auch andere gesellschaftliche Güter, die hier entstehen können. Nun, wir haben noch fünf Minuten. Wir haben fünf Panelisten hier vorne auf der Bühne. Darf ich bitten, jetzt in aller Kürze zu sagen, was möchten Sie hier dem Publikum zurücklassen, sozusagen. Oder was hat Ihnen ein Aha-Augenblick, ein Aha-Erlebnis geschaffen, über das wir denken können in Davos. Nun, Kunst und Kultur sind wichtig. Wir dürfen sie nicht als selbstverständlich nehmen. Sie bedeuten Wachstum, sie bedeuten Inklusion. Mein Aha-Moment. Es ist interessant zu sehen, dass wir diese Offenheit haben, die Vertreter von Silicon Valley, dass sie diese Herausforderung erkennen und anpassen. Das ist mein Aha-Erlebnis. Deshalb brauchen wir einen guten Dialog zwischen der Regierung, zwischen dem Staat und dem Hightech-Sektor. Nicole, abschließend möchte ich sagen, dass ich viele der Sorgen teile, die hier ausgedrückt wurden. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Zusammenhang mit Offenheit und Verantwortungsbewusstsein in der Führung wir alle eine Rolle zu spielen haben. Wir sind verantwortlich dafür, welches Smartphone kaufen wir, welche Spiele kaufen wir für unsere Kinder. Man kann immer sagen, ja, die Verantwortung ist nicht bei mir. Andere Akteure, die sind dafür verantwortlich. Aber das bedeutet nicht, dass wir als Bürger nichts zu sagen haben. Keineswegs. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn wir werden auch die Richtung mitprägen können, wie diese Produkte sich entwickeln. Ahmad? Ich habe hier von diesem Gespräch mit dem Publikum und vor allem auch hier im Podium gelernt. Es ist mir klar geworden, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Individuum und der Person. Der Individualismus, der wird immer wichtiger und die Person, der Mensch ist beiseite, steht am Rand. Die Person, nicht rechtlich gesehen, sondern die Persönlichkeit, die Identität, die wird hier geprägt durch das Zusammenleben. Das Individuum ist auf sich selbst beschränkt. Wir müssen also mehr personelle oder zwischenmenschliche Beziehungen haben. Und wir sind auch verantwortungsbewusste Bürger. Wir müssen reagieren und wir müssen jene hinterfragen, welche die Gerechtigkeit nicht berücksichtigen. Jene, welche die Unterdrückten noch mehr unterdrücken. Wir müssen also hinterfragen und kämpfen für Gerechtigkeit. Was nehme ich mit nach Hause? Sicher die Aussage, dass es Menschen gibt, die sich damit befassen, wie wir zusammenleben, und wie wir uns verstehen, was wir tun können. Ich denke hier an Künstler. Die Künstler spielen hier eine wichtige Rolle. Dann gibt es jene, welche unheimlich viel Wissen haben. Das sind die Religionen, die Religionsführer. Und ich folge dem Dalai Lami zum Beispiel auf Twitter. Er spricht ab und zu auch über Mitgefühl. Ich spüre hier etwas von Mitgefühl, das aus der Technologie spricht, über den Dalai Lama. Wie wir miteinander umgehen. Und ich denke, das spielt eine große Rolle. Und wir müssen das umsetzen. Wir sind da verantwortlich. J.C. Nun, ich habe gefunden, das war sehr schön, was Sie gesagt haben, wie wir als Menschen nicht zum Werkzeug unserer Werkzeuge werden. Wir müssen durch die Werkzeuge klar und menschlich sprechen. Als ganzheitliche Menschen. Vielen Dank. Dieses Gespräch hat gezeigt, dass es auch in der Technologie weiterhin Reibung ergeben darf, damit wir weiterhin miteinander als Menschen kommunizieren können. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen, dass Sie hier im Publikum waren, auch die zugehört haben am Internet. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Und wir werden sicher auch über die Technologie verschiedene Diskussionen in Zukunft in dieser Woche verfolgen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank.